Ja. Alter, ich mach dem so fucking viel Damage, das ballert richtig. Wo ist denn der explodiert? Direkt vor dir. Hm. Ich steck das weg. Ich rush jetzt mal ein bisschen. Oh nee. Oh nee, weißt du wo das ist? Wo bist du, Nico? Ja, kein Thema, ich hole mich schon wieder. Muss wir den halt lassen. Goliath. Ja. Ohne Kopf. Slightly Explosion. Lass dir Goliath die anderen töten. Ja. Ich hab ihn aus der Seele gekillt. Ja, dann hol den Kopf da. Alter, Damage! Verreckt du Crusher. Ich crush deine Eier. Ist der jetzt tot oder nicht? Doch. Jo. Das ist ein neuer. Äh, kommen neue Gegner. Ich bin tot. Lass mir den Gegner übrig. Hinter dir. Ich seh ihn. Hol dir den. Oh shit. Bist ein Arschkopf, weißt du das? Ja, ich hol dich mal. Das Ohr juckt mal wieder. Da hab ich ja grad mal mein Ohr kratzen müssen. Eck mit dem. Oh man. Der rennen kann auch nix. Du hättest nicht herkommen soll ich an dich sehen. Oh. Oh. Es wird echt rein, wenn da die Triebwerke explodieren. Ah, der ist voll in dich rein gecrasht. Ne, müssen wir rüber. Ja, soll's geben, Nico. Ich bin ja auch zum Crashen. Okay, da. Scheiße. Der war richtig scheiße. Julian, auf der Scheiße-Skala wär's ein Durchfall. Fest oder weise? Weiche. Richtig, richtig, richtig flüssig. Die Sprühwurst, der Sprühwürste. Hol den halt einfach weg. Alter. 36k, wa? Ich hab mir einen Snipern gefällt. Ich bin grad tot, ne? Nur so. Falls du's noch nicht gepeilt hast. Und der Golliard mag mich nicht. Du bist doch so ein verfickter Mongo, weißt du? In dem Moment wo der auf mich zuspringt. Ich werde dir die Augen aus den Höhlen lutschen. Ich werde dir die Augen aus den Höhlen lutschen. Hast du ein bisschen gekitzelt. Digga, es ist immer praktisch, sich hinter einem Gitter zu verstecken, wo man durchschließen kann. Kommst du mal hierher? Ja. Irgendwann mal schon. Du wirst da hinten alleine sterben. Ja, doch, geht auch. Ist hier noch ein Goliath. Oh, da hinten. Ich kenne Muni mehr. Ja, Mann. Auf geht's. Kannst du nix, dummer Goliath. Oh, oh. Jawoll. Der Zwerg ist genial. Alter, der Goliath frisst so viel Schaden. Aber der helfen. Ne, ne, hab ihn gekillt. Der Zwerg ist so geil. Ich geh mit dem Hedge eher so. Ne, ne, nicht machen. Ja. Das steh ich gar nicht. Goliath. Headshot Goliath. Oh, die kämpfen gegeneinander. Ich fahr da auch noch ein Headshot ab. Ne, ne, wir gucken zu. Der hat seinen Kopf schon verloren. Heilige Mutter! Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Aber ich will zugucken. Und wehe, du! Halt, Spielkind. Das ist wie Lego-Steine. Halt, Spielkind. Woanders. Alter, der eine kotzt den anderen voll. Okay. Halt, Spielkind. Halt, Spielkind. Halt, Spielkind. Halt, Spielkind. Ein Better School jetzt! Better School, was hinter mir? Ich mach mit ihm dasselbe, wie er mit ihr. Nur langsamer. Du! Was heißt das, die Sittlicht von Alperian? Oh, das muss auch nur ein Recruit sein. Ja. Okay, Jungs. Drehen wir sie durch die Mangel. Hey, ah ja. Der Serking wird erst mit dir reden, wenn du seiner Gang beigetreten bist. Überliebe einfach den Aufnahmeltus, den er für dich geplant hat. Und... Du hast ein bisschen gekitzelt. Lass weiter. Lass weiterleveln. Lass weiterleveln. Der killt den Marauder jetzt. Geh weg, geh weg von ihm. Wir sollen den Marauder killen. Ja schon. Ich will den stärksten Gulliard irgendwann mal sehen. Den richtigen Muff... Lol. Er hat ihn runtergeworfen. Jetzt kommt er zu uns. Der hat den einen runtergeworfen. Oh, lock ihn rüber, lock ihn rüber. Kill ihn nicht, kill ihn nicht, kill ihn nicht. Lock ihn rüber. Das sind andere Gulliards. Lass ihn leben, lass ihn leben, lass ihn leben. Holst du mich wieder? Barger. Verdammt. Ja, Digga, du hast mich mit deinem Achselgerüst gehabt. Den kann ich nicht wiederbeleben. Ja, ich hätte den einen gekillt, aber ich dachte, du holst mich. Und ich habe nicht gewusst, dass du einen Facelock auf dem anderen hattest. Egal, nimm Abstand. Das wird lustig. Bin dabei. Guckst du auch grad zu? Also... Ja. Und, wie stark ist er schon? Ein bisschen was hat er schon. Emporragender Ultimativer Badass. Alter. Wo ist er? Auf der... Auf der Ding? Auf der Brücke bin ich. Äh... Da hinten redet er gerade. Lol. Alter. Emporragender Ultimativer Badass, Goliath. Alter. Wie killst du noch? Hol mich. Das ist Level 45. Ich renne mal. Hol mich. Äh... Danke. Der Copter hat mich abgeschossen. Ich mach mal einen Copter weg. Und, er ist nochmal stärker geworden. Ja? Superschwere Masse der Zerstörung. Was für den Teil? Superschwerer? Superschwere Masse der Zerstörung. Alter. Der wird immer fett. Ja, gehen wir rüber. Ja, gehen wir rüber. Lass weiter gehen. Da ist bestimmt noch einer, oder? Da ist noch einer. Okay. Warte, warte, warte. Schießt ihm den Cop ab. So, weg hier. Fuck. Fuck. Kannst du mir irgendwie... Ich kann dir gleich helfen, Moment. Okay. Alter, der andere greift halt eiskalt nicht an. Der ist gleich tot. Alter, das wird so verkackt lustig. Ne, der... Ah, das ist nicht... Geht nicht mehr. Das ist das Sch... Der ist das Sch... Der ist das Sch... Alter. Der hat mich direkt geschotten... Überanschotten. Oh, Nahkampf. Nice. Liko will jetzt gleich langsam mal killen. Ja. Wäre, glaub ich, nicht schlecht. Bin tot. Heilige Mutter! Ich geh in jetzt tuben. Oh! Wird sterben. Sorry. Ja, ich auch. Ich muss... Ich muss noch nachladen bei der Tube... 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 Der ist glaube ich noch mal stärker geworden. Ja? Ja. Oh, leck mich fett. Das wird so fucking geil. Wir haben uns einen Endboss geschaffen, weil wir wissen wollten, wie gut der ist. Wir haben ein Monster geschaffen. Ja. Wie heißt denn der jetzt? Der greift den... Der greift den... Der greift den Copter an. Äh, lol. Der ist tot, ne? Guck ihn dir mal an. Ah, ne? Ah, er hat fast runtergesprungen. Ich sniper ihn mal. Ich steh da hinten. Ich mach den Copter weg. Er kommt. Kommt er? Guck, dass der runterspringt. Aber wir kriegen wir kein Expray. Dann kriegen wir kein Expray. Dann kriegen wir kein Expray. Lol. Ja. Dann krieg ich... Dreckscopter. Ja, komm, den... den holen wir noch. Ich guck, man kann in die Brücke reingehen. Der Super mit Sacret. Lohren zu atmen! Diese Männer zu töten hat Spaß gemacht? So geht es nicht mehr Spaß. Was zur Hölle? Wer sind diese Männer? Achtung, Berlin! Eure Stadt ist nun Eigentum der Hyperion Corporation. Räumt das Gelände oder wir eröffnen das Feuer. Hyperion? Wer ist Hyperion? Das muss ich nicht mehr sagen. Julian, hilf mir mal. Wo bist du? Warum heilst du eigentlich nie, wenn ich sterbe? Sie sind in der falschen Stadt. Sie wollen... Der frisst zu viel. Er ist tot. Er ist tot. Ich habe ihn im Flug mit einer Rakete abgeschossen. Der hat hart geile Sachen droppen lassen, glaube ich. Nico? Ja? Ich habe ihn im Flug mit einer Rakete gekillt. Ja, ich habe ihn auch mit einer Raketenwerfer... Oh, jetzt ist, glaube ich, der eine Typ dran, der lustig fand, wie wir seine Freunde umgebracht haben. Jupp. Wir warten uns nochmal. Slap King. Okay. Was der uns nachher hilft. Ja, aber ist doch... Haben wir nicht noch mega viel zu tun, bis wir zum Bunker kommen? Nicht mehr allzu viel. Den Copter machen wir noch, oder? Oh, das ist ein Sanctuary, wo ich drauf schieße. Was? Fürchtet den Himmel! Fürchtet den Himmel! Fürchtet den Himmel! Fürchte mich, Junge! Das war's dann. Ja, das war's wohl bei dem... Örchen juckt wieder. Du hast es durch meinen Thronraum geschafft, Rekrut! Aber jetzt wird's Zeit für die echte Aufnahme! Slaps! Zerfleisch dich! Bist du schon reingelaufen? Die Idioten wollten doch die ganze Zeit mal wieder gegen einen Kammerjäger kämpfen! Das ist eure Chance! Alles klar! Ja! Hat sich jetzt gelohnt. Ich helfe dir. Ja, mehr glaube ich praktisch. Obwohl... Krieg ich den? Ja, ich... Ich... Da ist ein... Der... Brutale Marauder ist fast tot. Ja! Das ist... Alles! Schatz! Schatz! Okay! Julian? Die Dinger tragen neuerdings Nova-Schilder. Kannst du mich holen? Danke! Die Dinger tragen neuerdings auch Nova-Schilder. Ja? Ja. Wo hast du's gesehen? Gerade eben bei dem Super-Batars Marauder. Okay. Ich habe ein Schild weggezogen, er hat einen Giftnova gemacht, oder Korrosionsnova. Ich bring dich um, wenn du tot bist. Ja. Oh ja. Ah, komm, schrotzt es halt, Alter. Ja, Mann! So geht das. Schrotzt es halt, rennst hinten, Alter. Das war fix. Das war sehr fix. Ich kann nicht mal aus dem Zoom raus. Das war auch schon sehr schnell eigentlich. Hyperion sagt, hopp auf die Beine und auf in den Kopf. Ich bin wieder da. Au. Au. Seid zu töten! Wie geht's? Nicht auf die Kopf! Lass mich dich umbringen! Wow, hinter mir ist einer! Seid zu sterben! Ich habe keinen Snap-Amonie mehr. Du brauchst auch nicht, ich habe genug Monie. Immer töten! Ja, du schläfst so die ganze Zeit. Aus dir mach ich blutige Fleisch, Lumpf! Ach was? Wann denn? So, jetzt nochmal sterben und dann Waffe wechseln. Danke schön! Chang Simply, Herr Beiner? Herz sniffers overwhelm über denεςitions. Oh, jeden Tag. Iarre Sprich! Das ist schlaz. at. Ich kann, ich komm her daran aus. Am Moment im Haus.